Ja meine Freunde, willkommen an der Tour zum nächsten Part unserer Teams2Play für den Football Manager 2022. Der Release steht bald an und ich möchte euch noch ein paar Ideen geben zu Saves, die ihr machen könntet. Und ja, den nächsten Save, den ich euch heute vorstellen werde, den hat wahrscheinlich eh so ziemlich jeder auf dem Schirm. Und werden auch viele Leute machen und zwar Schalke 04, die ja überraschend, in gewisser Art und Weise, aber nicht überraschend im letzten Jahr abgestiegen sind. Die waren ja im Endeffekt dann komplett chancenlos. Die jetzt versuchen einen Neuanfang in Liga 2 zu wagen und man muss auch sagen, die Liga 2 oder die zweite Bundesliga ist unfassbar stark in diesem Jahr. Also wenn man sich anschaut, was da für Namen sind, dann ist es eine sehr, sehr attraktive Liga und keine einfache. Also man hat die ersten zwei Fixaufsteiger und danach der dritte, der in die Relegation muss. Und wenn man sich anschaut, Schalke, dann gibt es die Bremer, dann gibt es den HSV und noch viele andere Klubs in der zweiten Liga. Das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Und dennoch geht Schalke als absoluter Favorit in diese Saison. Und ich muss sagen, ich habe sie mir für das Let's Play überlegt, genauso wie Werder. Und ich bin mir bis jetzt noch unsicher, wen von den beiden ich nehmen soll, neben unserem Barca Save, den ich ja gestern schon so ein bisschen geteasert habe mit unserem Team2Play. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen von den beiden Klubs ich nehmen möchte, weil die Ausgangssituation einfach so ähnlich ist. Es ist, wie ich es liebe, ein gefallener Traditionsklub, den man nach oben bringen möchte. Bei Schalke sieht die Situation, glaube ich, noch ein bisschen besser aus als bei Bremen. Aber wir werden jetzt einfach mal reinschauen und dann ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Vielleicht hilft es mir, mich zu entscheiden, welchen Klub ich nehmen werde. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne hättet. Aber schaut euch vielleicht dann auch morgen das Video von Bremen an. Vielleicht fällt es euch dann auch leichter, euch zu entscheiden. Wir steigen ein und ich würde sagen, ganz wichtig zu Beginn ist vielleicht mal der Blick auf die zweite Bundesliga. Also wir sehen, dass wir einige Top-Mannschaften hier drinnen haben, die wir eben auch aus der Bundesliga kennen. Das Namenpfeil habe ich noch nicht drauf, deswegen sind da die Namen noch ein bisschen komisch. Das werde ich dann zum Release online stellen. Ja, so sieht es im Moment mit der zweiten Bundesliga aus. Was sind die Ziele? Was erwartet einen? Was muss man erreichen, wenn man das macht? Also Vereinskulturspieler unter 23 für die erste Mannschaft verpflichten. Das heißt wirklich was Junges aufbauen, macht auch Sinn, passt gut, mache ich auch gerne. Und Ziel ist es, sofort wieder aufzusteigen. Ziel ist es auch, im DFB-Pokal die dritte Runde zu erreichen, aber das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist auch die Vereinsfinanzen zu sanieren, sich in der Bundesliga dann zu etablieren. Und man hat da hier noch keinen großen Druck eigentlich in den nächsten Jahren. Das heißt aber, wir behalten uns das im Hinterkopf. Ziel sofort der Aufstieg. Ich glaube, oder vielleicht ist es bei Bremen ein bisschen langsamer, ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal. Wir schauen auf die Finanzen. Da sehen wir einen Kontostand von minus 62 Millionen Euro. Wir haben insgesamt eine Verschuldung in der Höhe von 250 Millionen. Da werden monatlich 675.000 zurückgezahlt im Moment. Das heißt, das ist natürlich heftig. Keine Ahnung, woher diese Summe kommt, um ehrlich zu sein. 200 Millionen wurden 2019 aufgenommen. Stadion kann es nicht sein, das ist ja abbezahlt, was ich so weiß. Also ja, heftige Summe auf jeden Fall. Man merkt das natürlich dann auch im Transferbudget. 0 Euro zur Verfügung in der nächsten Saison, 113.000 und quasi kein Gehaltsbudget. Das heißt, das ist ordentlich heftig und schwierig. Aber dadurch natürlich auch eine interessante Herausforderung, weil man den Klub auch finanziell sanieren muss. Schauen wir vielleicht auf die Mannschaft mal selbst, um einzuschätzen, wie es da so aussieht. Wir haben einige geliehene Spieler und auch viele verliehene Spieler. Darunter auch Spiele wie Orjan Kabak zum Beispiel, der zu Norwich verliehen ist. Kaufoption 12 Millionen. Der hatte halt auch keinen Bock, dann 2. Liga zu spielen. Amin Harit ist an Marseille verliehen. Da gibt es keine Kaufoption. Ja, da gibt es dann hier auch noch ein paar. Ravi Matondo zum Beispiel, auch ganz interessant natürlich. Der momentan an Prüge verliehen ist, auch interessant. Dazu haben sie Spieler geliehen, wie ihn hier, Linksverteidiger von Alkmaar. Sehr offensiv, das heißt, da kann man ganz gut offensiv spielen. Ich würde vielleicht einfach mal sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Positionen durch, um uns da ein bisschen was genaueres anzuschauen. Also wir haben ein Torwart-Trio. Ralf Fehrmann auf der Transferliste aktuell. Markt wird nicht wirklich hoch, verdient aber 3 Millionen Euro. Das heißt, um ihn von der Gehaltsliste zu kriegen, ist es vielleicht ganz interessant, ihn zu verkaufen. Da sind einige Clubs dran. Dazu hätte man als Ersatz Martin Freisel. Österreichischer Keeper. Klare Nummer 3, würde ich jetzt mal sagen. Und Michael Langer. Ist halt auch schon 36 Jahre alt. Das heißt, auch jetzt keine Zukunftsoption mehr. Das heißt, wenn man Fehrmann verkauft, muss man tätig werden. So viel kann man, glaube ich, sagen. Eben aber aufgrund des Gehalts der 3 Millionen kann das schon Sinn machen, weil mit dem Geld kannst du dann halt auch vielleicht 2 oder 3 ablösefreie Spieler holen. Sagen wir mal zumindest 2 gute. Dann Kaminski für die Innenverteidigung. Solide, würde ich sagen. Wenn man sich so die Sternenbewertung anschaut, passt er ganz gut. Dann den Ranftl. Ein Spieler aus der Sturm Graz-Jugend. Ja. Ist ein Spieler, der kaum Schwächen hat. Ich finde ihn ganz in Ordnung, muss ich sagen. Offensiver Rechtsverteidiger auf jeden Fall, kann man sagen. Dann haben wir den Wouters. Ich hoffe, den spreche ich richtig aus. Nicht der Schnellste, aber körperlich auf jeden Fall sehr gut. Gute Sprunghöhe. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich gemeint habe gerade. Dann haben wir den Palser und den Innenverteidiger. Ein Isländer. Auch sehr interessant. Sehr gute mentale Werte. Der könnte dann sowas wie der Abwehrchef sein. Dann den Itakura. Geliehen von Man City. Auch relativ gut. Dann Sané. Wie lange fällt denn der aus? 3-4 Monate. Das ist natürlich bitter. Das ist richtig bitter. Weil er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Kostet natürlich auch viel. Vertrag läuft aus. Ob man den dann verlängert oder nicht, muss man sich anschauen. Dann Talent. Malik Thia. Könnte man durchaus aufbauen in Liga 2. Also der hat schon, der ist nicht so weit weg vom Zweitliganiveau. Florian Flick. Auch ganz ordentlich. Das heißt, der könnte Sechser spielen. Der könnte aber auch in der Innenverteidigung spielen. Einfach ein Spieler für die Bank. Ganz gut, weil er halt vielseitig ist. Ihn haben wir uns schon angeschaut. Dann haben wir noch den Timo Becker. Das ist glaube ich ein Spieler, auf den man durchaus verzichten kann. Aber vielleicht braucht man ihn für den Kader in der Breite. Dann Aydin. Rechtsverteidiger. Sehr spannend. Hat auch offensiv ein bisschen was drauf. Also den kannst rechts vorne bringen. Aber auch rechts hinten. Dann Dani Latza haben sie verpflichtet. Was ich sehr cool finde. Kann natürlich Führungsspieler hier sein. Ganz cooler Typ, muss ich sagen. Dann Rodrigo Salazar. Geliehen von der Eintracht. Der auch einiges mitbringt. Guter Spielmachertyp auf jeden Fall. Dann haben wir die Verliehenen. Dann Schatkowski. Ich hoffe, ihr habt den richtig ausgesprochen. Nicht überragend, muss man sagen. Auch 31 Jahre alt. Naja. Dann haben wir den Drechsler. Das ist der, der von Köln kam, glaube ich. Der auf der 10. Also generell, muss ich sagen. Finde ich den Kader jetzt echt relativ schwach. Marius Bülter. Nicht uninteressant. Ganz solide Fähigkeiten. 28 Jahre alt. Das heißt, erfahren. Bestes Fußballeralter. Nicht so schlecht. Julinov Geliehen von Stuttgart. Könnte ganz gut sein für ihn. Dass er sich da weiterentwickeln kann. Ja, und Simon Terorde. Da braucht man nicht viel sagen. Also, Mr. 2. Liga. Der ist natürlich super halt einfach im Sturm dort. Mit der die Erfahrung mitbringt. Und richtig, richtig gut knipsen kann. Vom Spielsystem her hier würde ich mal sagen. Man könnte durchaus Dreier- oder Fünferkette spielen. Weil man relativ viele Spieler hat, die Innenverteidiger spielen können. Man hat viele Spieler, die auf der 10 spielen können. Deswegen würde ich fast zu einem 4-2-3-1 tendieren. Wobei man da halt sagen muss, man hat nur Terorde im Sturmzentrum und danach den Bülter vielleicht noch als Ersatz. Der aber auch relativ groß ist. Da könnte man dann noch wen brauchen. Aber von dem her würde ich eher in diese Richtung gehen. 4-3-3 oder 4-2-3-1. Eventuell, wie gesagt, Fünferkette. Weil du halt mit Ranftl und mit dem Ovejan eine ganz gute oder zwei ganz gute offensive Außenverteidiger hast. Und viele, die Innenverteidiger spielen können. Das heißt, da könntest du auch echt gut Fünferkette spielen. Und zwar so eine richtig offensive Fünferkette-Variante. Würde ich da auch ganz cool finden, weil es mal was ganz anderes wäre. Ja, schauen wir mal kurz, wie es sonst so aussieht mit den Leihspielern. Also können wir da mal auf die Berichte gehen. Gehen nochmal auf die Berichte. Also wir sehen von der Stärke her, dass Harit und Kabak natürlich zwei der stärksten Spieler sind, die verliehen sind. Dann haben wir hier noch ein paar Stärke, die verliehen sind. Aber durchaus Potenzial haben fürs nächste Jahr. Also gerade ein Matondo natürlich spannend. Aber auch er hier, Can, Bojogan. Keine Ahnung, ich spreche wahrscheinlich alles falsch aus hier. Auch ein super spannender Spieler. Aber da haben sie auch eine Kaufoption, das ist natürlich bitter. Aber würde Geld in die Kassen spielen, das muss man positiv sehen. U19, da kommt einiges nach. Also die ersten vier sind richtig interessant. Danach sieht es nach wie vor sehr gut aus. Also bis hier runter eigentlich sehr spannend. Nein. Der heißt fast wie ich. Philipp Butzkowski. Wie geil ist denn das? Ich muss gleich einen Screenshot machen. Sorry Leute, das ist gerade wichtig. Muss ich dann meinen Freunden schicken. Ich spiele bei Schalke. Geil. Okay, da sieht man aber auch, dass man da unten dann vielleicht ein bisschen aussortieren kann, um ein bisschen Gehalt zu sparen. Zweite Mannschaft ist in keinem Ligasystem. Das heißt, die kann man sich eigentlich komplett sparen. Da haben wir natürlich spannende Spieler. City Sané unbedingt in die erste Mannschaft. Oder generell bis hier würde ich sagen, ab in die erste Mannschaft. Die sind eigentlich auch spannend. Also da gibt es richtig viele gute Talente. Chalanolu. Das heißt, da musst du echt schauen, dass du die Jungs ranbringst. Darunter kannst du ziemlich aussortieren, um wieder Gehalt einzusparen. Da ist auf jeden Fall dann auch viel Geld drin, um dann halt den Verein dann auch natürlich finanziell ein bisschen besser aufzustellen. Das heißt, das sind auf jeden Fall die ersten To-Dos, die ihr hier so machen solltet. Ich bin gespannt, wie City Sané sich so entwickelt schon im letzten Jahr. Da hatten wir ihn ja bei 1860, wo er sich sehr gut präsentiert hat. Gut Leute, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz auf die Mitarbeiter. Das haben wir bei Barca auch gemacht, gestern bei den Teams to Play. Da sehen wir viel Luft nach oben, aber für die zweite Liga schon gut aufgestellt. Das heißt, gerade hier in dem Bereich Athletiktrainer sollte man auf jeden Fall noch besser werden. Scouting ist top. Da hat man sogar zu viele Scouts. Da muss man schauen, dass man das vielleicht sogar ein bisschen runterkriegt. Und ja, was wir hier so sehen, medizinische Abteilung, könnte auch noch ein bisschen besser sein. Ist aber solide. Das heißt, das ist so die Aufgabe, die man mit Schalke vor sich hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie dann Bremen im Vergleich morgen wird. Die werden wir uns dann auch noch anschauen. Ist auf jeden Fall sehr reizvoll, weil man eben diese sehr, sehr guten Talente hat, was man schon so gesehen hat. Die Knappenschmiede heißt es, glaube ich. Und zusätzlich dazu hast du halt einige erfahrene Spieler, die aber dir eigentlich nur helfen sollten, dass du dieses Jahr den Aufstieg packst und dann halt im Idealfall in der Bundesliga wieder umbaust. Weil viel Potenzial ist jetzt, wenn man die Stammmannschaft anschaut, nicht da. Das sind halt echt viele, die zwischen 28 und 30 sind, die auch nicht unbedingt das Bundesliga-Niveau haben. Deswegen sehr interessante Herausforderung. Ich muss mal sagen, ich hätte mir Schalke stärker vorgestellt. Ich hätte mir auch gedacht, dass Schalke mehr Geld hat. Also jetzt wird es vielleicht doch wieder schwieriger für mich. Ich habe so eine leichte Tendenz zu Bremen gehabt. Jetzt finde ich Schalke aber auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, wie mir Bremen jetzt gefällt. Die werde ich als nächstes machen, im nächsten Team-to-Play. Und wir haben auf unserer Website im News-Bereich, also im Blog, eine Liste der Teams-to-Play. Könnt ihr auf Fußballwelt.at schauen und da oben auf News klicken. Und da sind alle Teams, die wir in diesem Jahr sehr erwähnenswert finden, aufgelistet. Gut, dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr noch ein Team-to-Play habt für uns, schreibt es in die Kommentare und schreibt auch warum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu Werder Bremen. Und ja, bald dann zu den Let's Plays. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank.